So extrovertiert laut und leicht auszumachen der offene Narzisst ist, so hinterhältig, manipulativ und schwer zu erkennen ist der verdeckte Narzisst. Aber es gibt ein Hauptmerkmal, mit dem man den verdeckten Narzissen blitzschnell entlarvt hat. Allerdings ist dieses Merkmal nicht für die Menschen draußen in der Gesellschaft sichtbar. Es ist nur für die sichtbar, die den Narzissen ebenfalls hinter verschlossenen Türen kennen. Die Haupteigenschaft ist, sie verhalten sich in der Gesellschaft völlig anders als hinter verschlossenen Türen. Sie haben einfach zwei diskrepante Arten, sich zu verhalten. Man kann sagen, jeder verdeckte Narzisst ist zwei Personen. Eine Fassade für draußen und die Wahrheit, die draußen niemand, aber auch niemand sehen soll, für drinnen. Ein verdeckter Narzisst mag sich in der Gesellschaft als sehr integer, moralisch, hilfsbereit, gebildet und mitfühlend verkaufen. Doch behind the scenes sind sie wütende, aggressive, angriffslustige und manchmal sogar physisch aggressive Leute. Wenn Du mit einem verdeckten Narzissen zusammenlebst, kann es sein, dass er oder sie Dir zu vermitteln versucht, dass er vollkommen auf Deiner Seite ist und Dich in allen Belangen unterstützen möchte. Aber im Inneren mag es jede Menge Ressentiments geben. Und die kommen hinter verschlossenen Türen irgendwann zum Vorschein. Da gibt es jede Menge Aggressionen und Hass und wenn man sich jemals fragt, welche der beiden Persönlichkeiten denn nun die echte ist, muss man in den sauren Apfel beißen und sich eingestehen, dass die wahre Persönlichkeit die ist, die man behind the scenes zu sehen und leider auch zu spüren bekommt. Oder der Narzisst verkauft sich draußen als völliger Familienmensch. Jedoch kaum sind sie unter ihren Familienmitgliedern, verschwinden sie in ihr Arbeitszimmer und spielen Videospiele oder beschäftigen sich anderweitig. Und so kann man feststellen, dass der Familienmensch oder die fürsorgliche Mutter hinter verschlossenen Türen alles andere als fürsorglich, mütterlich oder familienorientiert ist. Soviel zum wichtigsten und eindeutigsten Merkmal des verdeckten Narzissten. Man kann also im Großen und Ganzen sagen, dass ein verdeckter Narzisst ein Träger von Geheimnissen ist und sie verschleiern die Diskrepanzen in der Öffentlichkeit komplett und völlig. Dann heißt es, es gibt nichts Diskrepantes über mein Verhalten hinter verschlossenen Türen und meines Lebens draußen zu sagen. Während klar auf der Hand liegt, dass ihr gesamtes Leben eine schwarz-weiße Showbühne ist. Ein weiteres Merkmal eines verdeckten Narzissten ist, dass sie sogenannte Schönwetterfreunde sind. Wenn alles lustig und rosig ist, umgeben sie sich gern mit dir. Doch kaum gibt es ein Problem, wirst du nur noch eine Staubwolke sehen. Sie starten eine Freundschaft gern schwungvoll und enthusiastisch, doch sie haben Probleme damit, eine längere Freundschaft aufrecht zu erhalten. Außerdem präsentieren sie sich sehr gern viel positiver, als sie eigentlich sind. Sie leben im Grunde nur für die Bewunderung. Wenn dir so ein Muster auffällt, kannst du recht sicher sein, dass du es mit einem verdeckten Narzissten zu tun hast. Ein weiteres Merkmal ist, dass ein verdeckter Narzisst absolut nicht dazu in der Lage ist, Selbstreflexion zu üben. Wenn du jemanden dabei beobachtest, dass er sich fragt, wieso verhalte ich mich so, wie ich es tue, kannst du zu 100% sicher sein, dass es kein Narzisst ist, verdeckt oder unverdeckt. Ein weiteres Merkmal ist, wenn du ihn mit etwas konfrontierst, das er getan hat, oder wenn er sich schuldig gemacht hat und du möchtest mit ihm oder ihr darüber sprechen, wird der verdeckte Narzisst schnell in die Opferrolle gehen. Blame-Shifting ist hier das Stichwort. Dann heißt es, siehst du nicht, was ich alles für dich tue? Ist dir nicht klar, was ich alles geopfert habe? Oder, ach ja, ich mache wohl immer alles falsch. Dann wird auf die Person, die sie in der Öffentlichkeit vorgeben, zu sein verwiesen. Ein weiteres Merkmal ist, sie sind wirklich nicht in der Lage, einen Konflikt zu besprechen. Wenn du etwas ansprichst, kannst du nicht erwarten, dass der verdeckte Narzisst dir in irgendeiner Form Empathie entgegenbringt und anerkennt, dass dir Schmerzen zugefügt wurden. Mit der Zeit wird dir klar werden, dass diese Person überhaupt kein Interesse daran hat, dich kennenzulernen oder dir zuzuhören. Alles, was er möchte, ist, seine Vorzüge herauszustellen und seine Wahrheit zu überdecken. Sie blähen ihre positiven Seiten auf und vertuschen ihre negativen Seiten bis zur Unkenntlichkeit. Anders gesagt, sie sind pathologische Lügner wie alle anderen Narzissten auch und darüber hinaus sind sie heimlich-tuerisch bis zur Unerträglichkeit. Obendrein sind sie Blender, so wie all ihre Kollegen aus dem narzisstischen Headquarter. Wenn sie einmal doch etwas zugeben, sind sie enorm schnell im sich-wieder-davon-weg-bewegen. Etwa so. Ja, da habe ich vielleicht einen Fehler gemacht, aber jetzt ist das alles vorbei und wir können neu durchstarten. Es findet also niemals ein Gespräch in der Tiefe statt. Es bleibt immer alles an der Oberfläche. Du wirst mit einem verdeckten Narzissen so lange gut klarkommen, wie du folgende Regel, die er oder sie aufgestellt hat, befolgst und die lautet Du musst mich unterstützen. Du musst meinem Narrativ folgen. Du musst mein gesellschaftliches Image unterstützen. Und du darfst niemals durchblicken lassen, was in Wirklichkeit dahinter steckt. Spätestens jetzt kannst du sicher sein, dass du es mit einem verdeckten Narzissen zu tun hast. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass du, wenn du merkst, wie stark sich die öffentliche Person von der Person hinter verschlossenen Türen unterscheidet, unter Umständen nicht bereit bist, nur eine Krücke für diese Fake-Person zu sein. Doch wenn du dem verdeckten Narzissen an diesem Punkt klar sagst, dass du erkannt hast, was gespielt wird und dass du dieses Theaterstück nicht weiter spielen willst, wird der verdeckte Narzisst zu einem offenen Narzissen. Jetzt wirst du die ganze narzisstische Fratze sehen. Die Kontrolle, die Empathielosigkeit und der Hunger nach Grandiosität wird sich in voller Blüte zeigen. Du wirst entwertet, heruntergemacht und es kann sehr, sehr unschön werden. Und an diesem Punkt wird dir wahrscheinlich klar, dass diese Beziehung auf Schall und Rauch aufgebaut ist. Ich hoffe, dass dir ein bisschen klar geworden ist, dass der verdeckte Narzissmus hauptsächlich beschreibt, wie der Narzisst sein gesellschaftliches Auftreten mit allen Mitteln in der möglichst positivsten Weise zur Schau stellt. Jetzt ist auch der Zeitpunkt gekommen, an dem du dich an die erste Stelle setzen musst. Mache dir klar, dass das nicht das Leben ist, das du dir vorgestellt hast und verlasse das sinkende Schiff. Du solltest dir mehr wert sein, als irgendjemandes Krücke zu sein. Dein Selbstrespekt sollte dies verbieten. Sollte dir Content wie dieser gefallen, lasse sehr gern ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da. Ich freue mich sehr, dich im nächsten Video von Narzissmus wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss!